Genuss pur im Pays de Brizach, ein Land und seine Einwohner, geprägt durch den Rhein. Die Geschichte wollte es, dass der französische König Ludwig XIV. im Herzen dieser Region den Bau einer Festungsanlage befahl, die seiner eigenen Größe und Macht angemessen war. Schreiten Sie durch die Festungstouren Neuf Brizachs und treten Sie ein in die Welt des Baumeisters Vauban. Erleben Sie das UNESCO-Weltkulturerbe und das perfektionierteste Verteidigungssystem des 17. Jahrhunderts.